Oh, Joe, wir wollen doch nicht bei diesem Unwetter abhauen. Warum nicht? Wir sind doch nicht aus Zucker. Oh, das Licht. Ich kann das Licht sehen. Oh, Joe, du leuchtest. Ich folge dir, mein Stern führe mich. Kannst du uns hören, Joe? Wir sind es, deine Brüder. Du bist von einem fetten Blitz getroffen worden. Hey, ich fühle mich irgendwie komisch. Was ist denn mit mir los? Wow, du bist magnetisch geworden. Der Strom hat aus dir einen lebenden Magneten gemacht. Autsch! Aber das bedeutet, ich kann super abhauen. Wenn jemand draußen einen Magneten platziert und ich in der Nähe der Wand bin, dann kann ich an der Wand hochlaufen. Das wird überhaupt kein Problem sein. Oh, du bist so ein Genie, Joe. Was ist mit uns? Wir sind nicht magnetisch so wie du. Wir sind nicht aus Eisen gemacht. Nein, aber Kette und Kugel dafür. Und wir brauchen einen Komplizen da draußen. Einen Riesen-Magneten? Aber wo finde ich denn sowas im Lebensmittelladen? Ich vertraue dir voll und ganz mal. Dordens, die Besuchszeit ist zu Ende. Auf Wiedersehen, Mom! Einen Riesen-Magneten! Ah! Essens, Seijohns! Oh, ja! Oh, ah! Das hängt man ja im Kopf nicht aus! Geht's, was? Ich kann's kaum erwarten, dass wir draußen sind. Ich bin's Kinder, Ma! Ich hab den Magneten! Wir kommen! Oh, Joe! Du hast ja super Kräfte! Ich kann losgehen, Ma! Es kann losgehen, Ma! Yippie! Es funktioniert! Es funktioniert! Und jetzt! Ja! Oh! 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 Das ist ja der Oberhammer! Tanzen wir gemeinsam in das gleißende Licht! Oh! Oh! Sorry! Kleines technisches Problemchen! Egal! Oh! 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 Aaaah! Oh! 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 Halt den Magneten ab, mal. Oh, der Schalter ist kaputt. Also, ich sehe nur eine Möglichkeit. Wir nehmen Dynamit. Hast du eine Vollklatsche? Ich kenne da einen Doktor. Aber der hat nur im weitesten Sinne mit Medizin zu tun. Ich beschwöre gerade einem Arzt. Schwingt eure Hintern in das Warte-Tipi. Das ist ein Notfall, Doc. Er hat es leider nicht geschafft. Aber dafür ist der Magnet jetzt kleiner. Steht dir irgendwie, Joe? Das verleiht dir einen modernen Touch irgendwie. Naja, egal. Wir sind frei. Das ist alles, was zählt. In die Richtung. Ich kann ihn riechen. Warte auf mich, mein Stern. Ich will dir folgen. Rantanplan hat die Witterung aufgenommen. Hinterher. Komm schon, Joe. Nur noch ein paar Meilen und wir sind in Kalifornien. Wir sind gleich beim großen Schrottplatz. Beim Schrottplatz? Ja, genau. Da findet man tonnenweise altes Zeug. Hm? Ja! Ja, manchmal kommt der Berg zum Propheten. Mein Meister. Hände hoch, Dortens. Noch ein Gewitter. Das wird ja immer schlimmer. Ei, ei, ei. Ei, ei. Hey, Joe. Du bist nicht mehr magnetisch. Sehr schön. Dann können wir dich ja wieder in Eisen legen. Wie heißt das alte Sprichwort? Eisengut? Alles gut. Ihr wolltet doch immer mal vereisen. Nachtruhe, mach das Licht aus. Nachtruhe, mach das Licht aus. Ah, da ist er. Keine Bewegung, Joe, Dorten. Oder ich lass den Hund auf dich los. Tut mir leid, den kann ich nicht folgen. He, 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 he. Ah! Joe! Joe! Hast du wieder von deiner Flucht geträumt? Das war spektakulär. Es gab hier einen Geheimgang. Aber Träume sind scheine, Joe. Dummerweise. Und wenn der Geheimgang tatsächlich existiert? Oh, du hast auch von der Legende gehört, Joe. Hm. Was für eine Legende. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen darf. Na egal, ich mach's einfach. Es heißt, dass der erste Direktor dieses Gefängnisses, J. Morten, einen geheimen Geheimgang unter dem Gefängnis gebaut hat für den Fall, dass er mal eingesperrt werden sollte. Aber das ist nur eine Legende. Ihr habt sie nicht von mir gehört. Genau wie in meinem Traum. Ich hab helderische Fähigkeiten. Und wo ist nun dieser Geheimgang, Joe? Ganz einfach. Der Korridor, die Zellen, die Treppen. Äh. Och, nö. Ist alles klar? Ihr schreibt alles auf, was ich während meines Schlafs sage. Zeit zu schlafen. Wo ging es lang? Hm? Ah! 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 Oh, süß! Eine gestreifte Erbse! Ah! 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 Na und? Du hast gesagt, äh, üh, ah, nö. Und dann, ah! Ah, ich hab nicht von dem Geheimgang geträumt. Tö, tö, tö. Träume sind auch von den Ereignissen des Tages beeinflusst. Was hast du gestern gemacht? Na ja, alles war wie immer. Aufstehen. Duschen. Bisschen schuften. Äh. Mit den anderen quatschen. Hä? Ne Flucht vermasseln. Und dann. Essen. Und schlafen gehen. Alles war wie immer. Tja, du musst das machen, was du am Tag vor diesem Traum gemacht hast. Dann wirst du auch dasselbe träumen. Das, was ich gemacht hab? Genau. Und auf ins Land der Träume. Der Korridor, die Zellen, die Treppen. Und, oh! Du kommst zu spät, Joe. Aber warum bist du denn nackig? Verflixt. Nach der Treppe hab ich's versaut. Da war kein Tuddel. Dann noch mal Mut von, Joe. Also, das möchte ich nur ungern jeden Tag machen. Der Korridor, die Zellen, die Treppen und... Der Korridor, die Zellen, die Treppen und... Die Treppen und... Die Treppen und... Also, die Galerie, die Statue und der Schlüssel zum Geheimgang. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Korridor, Treppe, Galerie, Statue und Schlüssel. Das ist es genau. Bewegt euch. Darf ich vorstellen? Laut Morten. Danke für die Führung, Joe, aber... Wie geht's jetzt weiter? Diese bekloppte Statue ist unser Weg in die Freiheit. Ich muss nur ein paar... Keine Bewegung oder ich lass die Bestie frei. Das ist mir doch egal. Und tschüss. Weiß jemand, was aus Lord Morten geworden ist? Keine Panik. Ein kleines Schläfchen und... Ich träume uns den Weg in die Freiheit. Der Wasserbeuler lässt nicht mehr richtig Dampf ab. Wir müssen unbedingt den Schornstein leinigen. Na bitte, das war's. Ja, er ist so gut wie neu. Ich würde sagen, das sind gegröte Dortons am Spieß. Was ist denn plötzlich los? Die Indianer haben uns den Krieg erklärt. Sie werden uns kapieren. Die Kavallerie ist rechtzeitig eingetroffen. Das ist ein Wunder. Aha! Sergeant O'Hara vom 7. Kavallerie-Regiment zur Stelle. Und, äh, wo ist die Kavallerie? Drei Tagesmärsche. Was? Drei Tage? Bis dahin sind wir alles kalpiert. Nur keine Panik. Ich verwandle diese Greenhorns in Elite-Soldaten. Glauben Sie wirklich, wir können mit einer Handvoll Häftlingen etwas ausrichten? Ich verwette meine Hand. Aua! Oh! Ich habe hunderte Male gegen die Indianer gekämpft und es mit ein paar Kratzern überstanden. Ohne größere Verletzungen. Kleine Demonstration. Duda, Dickerchen! Hä? Ähm, ich? Spiel mir den Indianer. Den Indianer? Ich sagte, spiel mir den Indianer! Heja, 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 heja! Ausch! Wir beginnen mit dem Schlüssel zum Erfolg. Disziplin verstanden! Und still gestanden! Halbe Drehung und vorwärts Marsch! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins! Die Atmosphäre im Gefängnis ist heute ausgesprochen entspannt. Gute Idee, einen Animateur einzustellen! Stuhl gestanden! Allemann, get! Richt euch! Streifen auch ausrichten! Treten wir den Rothäuten in ihren gelben Hintern! Ist das klare, Grutin? Ja, Sir, alles klar, Sir! Ich kann euch nicht hören! Ja, Sir, alles klar, Sir! Chef, wir wollen kämpfen, Chef! Aber wir brauchen Waffen, Chef! Bravo, junger Mann, das ist Kampfgeist! Keine Angst, ich lasse euch nicht mit leeren Händen dastehen! Aber verletzt dich bitte nicht damit! Ich mache aus euch wahre Kampfbästchen! Hey, 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 diese Übung kenne ich aus der Hundeschule! Hieß! Nein! Nein! Ja! 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 Wow, Zwerge werfen, das gefällt mir. Ein Stein zwischen die Zähne dieser gefiederten Idioten und sie essen nie wieder Büffelfleisch. Achtung, alle Steine liegen in einer Linie. Ich sagte in einer Linie, klar. Was habe ich gesagt? Das Wichtigste ist Disziplin. Dieser Kahn ist doch das Letzte. Wenn er Krieg möchte, dann soll er auch Krieg bekommen. Ab, ab, Hilfe! Die Wäscherei brennt! Die Indianer greifen uns an! Wartet auf uns! Wir wollen nicht skalpiert werden! Nicht, dass ihr mich für frei gehaltet. Ich möchte nicht heldenhaft sterben, um das Geld für meine Vorgesetzten zu retten. Oh nein, ich komme mit euch mit! Hilfe! Die Mehlfratzen stören unser Ritual mit Rauchzeichen, die überhaupt nichts bedeuten. Was ist das für eine Krakelschrift? Ein Ritual? Was denn für ein Ritual? Jedes Jahr huldigen wir unseren Vorfahren, die in den ewigen Jagdgründen jagen. Hä? Seid ihr etwa nicht auf dem Keksfad? Wir machen Party! Und essen Nutscher! Wenn die Indianer die Wäscherei nicht in Brand gesteckt haben, wer weiß, dann? Ich kann zwar kein einziges Wort lesen, aber es ist sehr poetisch. Hey Leute, was steht denn heute auf dem Tagesplan? Spaß machen, der Regentanz im Disco-Style zur Körperertüchtigung mit fabelhafter Falke. Ich stehe auf Disco. Weck mich, wenn es vorbei ist. Liebe Häftlinge, der Medizinmann fabelhafter Falke präsentiert uns heute eine Sensation, den Disco-Regentanz. Jetzt zeige ich dir, wie man richtig tanzt, kleine Lady. Also, wenn ich mal tanze, dann fällt kein Regen. Stimmt, das Einzige, was dann fällt, bist du, Avril. Vielen Dank, Mr. Fabelhaft. Und jetzt, meine Herren, sind Sie dran. Das erinnert mich an den Lehrgang von letzter Woche. Du meinst, wie man richtig grillt? Das gefällt mir schon besser. Heia, Tschukka, heia, Tschukka, heia, Tschukka, Tschukka, heia, 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 heia. Die muss ich mir gleich mal notieren. Ich fand's nicht ganz so prickelnd, John Travolta. Was war denn los, Joe? Du warst plötzlich unter der Wolke verschwunden. Verschwunden? Ja, du warst nicht mehr zu sehen. Ich hab einen Plan. Zuerst macht Averill eine fette Wolke. Wir verstecken uns darunter und wenn das Tor offen ist, fischen wir ab. Und sind endlich frei. Ihr braucht mir nicht zu danken. Hat jemand von euch die Sportseite? Also ich nicht. Ich hab die Wettseite. Willst du die haben? Morgen lautet die Schlagzeile. Die Dauten sind aus dem Gefängnis geflüchtet. Tiggels, jetzt bei euch! Hä? Das Tor ist offen. Es ist soweit. Das ist dein Auftritt, Averill. Los, tanz! Ich soll tanzen? Das kann ich nicht. Ich bin nicht in Stimmung. Soll ich dir erst in den Hintertreten, damit du in Stimmung kommst? Hm? Nicht nötig. Alter, tanz! 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 Tanz! Tanz, tanz! Tanz, tanz! Tanz, tanz, tanz! Immer heißt es, Averill macht dies und Averill macht das. Averill, Averill! Tanz, tanz! Tanz, tanz, tanz! Aicheja! Aicheja! Das ist der Treibhauseffekt. Du dickes Ei! Das ist so. Wir sollten über einen Sonnentanz-Lehrgang nachdenken, finde ich. Du mit deinem dämlichen Regen tanschst, wenn man mal Regen braucht, scheint die Sonne und jetzt regnet es ohne Ende. Jack, William, Tanzbursche. Okay, ihr sind alle da. Na dann, los, 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 nicht hier raus. Hey, dick und doof. Hättet ihr wohl die Güte, das Tor zu schließen? Nicht, dass noch einer unserer Häftlinge stiften geht. Hey, wir haben's geschafft. Wir sind geflohen. Hip, hip. Hurra. Hey, Jungs, wir sind nur auf der Durchreise. Vielleicht haben wir das nächste Mal mehr Zeit für ein kleines Tänzchen. Die Bleichgesichter scheinen unsere Rituale zu mögen. Wie wär's denn mit einem weiteren? Aufmachen! Wer ist denn da? Na wir, die Dotons. Wir möchten wieder zurückkommen. Wie ist der Code? Code? Was ist denn das für ein Quatsch? Wir haben unser Sicherheitssystem aufgemotzt. Also ohne Code kommt ihr hier nicht rein. Wie wär's mit eins, zwei, drei, vier? Hä? Ist das zu glauben? Das ist ja vielleicht ein raffinierter Code. Die Dotons kommen gerade rechtzeitig. Mr. Fabelhaft will gerade mit seinem neuen Lehrgang beginnen. Ein Anfängerkruß für den Feuertanz. Ich mach dir mein Feuer unter deinem Hintern. Na, warte, wenn ich dich triebe, kannst du was erleben? Er ist völlig unter Feuer. Mein Gott, stopp, wäre er noch schöner. Eine Erbschaft für uns? So ist es. Ihr Onkel hat das Zeitliche gesehen. Onkel Abigail. Er ist tot. Everett, wir sind ihm nie begegnet. Wir sind ihm nie begegnet. Das ist ja noch schlimmer. Ich werde Ihnen das Testament vorlesen. Ich, Abigail Dalton, hinterlasse meinen ganzen Besitz meiner Neffen Joe, Jack, William und Everett Dalton. Sie sind hiermit die offiziellen Besitzer von... Millionen Dollar? Einem Goldschatz? Einer Ölquelle? Von Margarete. Eine Kuh? Ja, Ihr Onkel war ein Bankräuber und ein Fanger. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Ich schicke Ihnen die Rechnung für meine Umstände. Leben Sie wohl, meine Herren. Aber, 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 aber warten Sie. Hey, das hier ist eine Strafanstalt und kein Kuhstein. Schön, Margarete bleibt hier, aber die Verantwortung für Sie übernehmen die Dortes. Hey, dieser Esel macht Lust auf einen Country-Ausflug. Oh, nee. Wir werden gut auf Dich Acht geben. Kleiner Mucku. Ich mag Sie ja am liebsten medium rare mit einer Portion Pommes frites. Ha, ich schicke diese wandelnde Milchtüte zurück nach Arkansas, wo sie hingehört. Oh ja, das ist die Idee. Sie hat Depressionen, Mr. Pieper. Sie hat Heimweh. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir bringen Sie zu Ihrer grünen Wiese zurück und kommen dann wieder her. Und nur wir können Sie da hinbringen. Wir sind Ihre legalen Besitzer. Ihr wollt, dass ich euch mit der Kuh gehen lasse und am liebsten auch noch ohne Bewachung? Ja, eine Kuh muss dort sein, wo sie hingehört. Jihau! Juhu! Juhu! Ich würde sagen, Sie möchte nicht hier weg. Tada! Wir haben eine kleine Überraschung für Margarete. Ein Domizil, das wir extra für dich gebaut haben. Jola, Heidi! Ah, so ein verflucht blödes Rindvieh. Juhu! Hey, du darfst Margarete nicht reizen, Joe. Sie hat ihn doch tatsächlich auf die Hörner genommen. Die könnte glatt eine Mauer umhauen. Eine Mauer umhauen? He, 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 he. Was wollt ihr? Margarete muss mal pipi. Ah! Ihr kennt den Plan. Wenn sie auf mich zurennt, dann zieht ihr. Wichtig ist, dass sie die Wand durchbricht. Alles klar, Joe. Na komm, Margarete. Hopp, hopp, hopp. Ja! Nein, du! Dä, 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 dä. Ach, du dämliches Rindvieh. Nutzloses Stück Fleisch mit Hörnern. Du gehörst in den Suppentopf. Doch, wenn meine kleine Kuh nicht zwölf Stunden Schlaf bekommt, dann rührt sie keinen Huf. Halte eine Klappe und regne nicht auch an dazwischen. Es klappt. Verlässt nicht zu ziehen. Ah! 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 Wir rechnen später ab. Holt mich hier raus! Ja! Ah! Alarm! Die Kuh und die Gefangenen sind ausgebrochen! Aufweia! Die Herde ist ausgebrochen! Bitte keine dummen Bemerkungen. Ich bin lange nicht mehr geritten. Oh! Da ist ja die ganze Familie! Margarete ist einfach nicht zu finden, Mr. Peabody. Und kein Zeichen von den Daltons. Reiten wir zurück. Wir suchen morgen weiter. Juhu! Wir haben sie abgehängt! So, jetzt müssen wir nur noch die blöde Kuh loswerden. Hä? Oh, Margarete! Hör auf, Margarete! Das kitzelt! Wir locken sie da runter und schleichen uns leise davon. Ich warne dich. Meine Muku hasst es reingelegt zu werden. Hm. Gebt mir eure Sachen. Warum hast du sie so angezogen, Joe? Und warum gehen wir zurück ins Gefängnis? Wir klopfen an die Tür, verstecken uns. Sie finden die Kuh. Sie denken, das ist ein neuer Gefangener. Und wir sind frei! Meine Muku! Lass uns los, du blödes Rindvieh! Hä? Die Daltons? Margarete hat sie zurückgebracht. Ich wusste gar nicht, dass Kühe wie Schäferhunde sind. Ach Mann, was für ein trauriges Ende. Ich finde es ausgesprochen fröhlich. Die Kuh, die lacht, bringt mich zum Lachen.